Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und wenn dieses Festival einen Gewinn abwirft, was noch gar nicht so sicher ist, weil es extrem hohe Unkosten gibt, obwohl fast alle umsonst hier auftreten, ist geplant damit, ein Sommercamp zu finanzieren. Vielleicht kannst du kurz ein paar Worte dazu sagen. Also die Idee von dem Sommercamp ist ja in den Filmen schon mal angesprochen worden. Das kam halt durch dieses Arbeiten und Touren in den verschiedenen Dörfern und Städten, dass man sagt, vielleicht ist es ganz cool, länger da zu bleiben, als einen Platz zu finden in Bergen. Und da ein richtiges Camp zu organisieren, wo du halt aus jeder Community mit den Leuten, die wir da kennengelernt haben, mit den Älteren halt was machst. Und dann können die in den Communities halt weiter Workshops machen und Sachen. Und das war, hatten wir geplant, so von der Idee her 2007 zu machen, so die Leute, die in der Natur dabei waren und noch eine NGO in Christina. Und es wird aber jetzt wahrscheinlich verschoben, weil ich kriege ein Kind und das ist, der Bruder, wir richten ein Geburtszelt ein. Also ich habe zwar eine Rundmelde verschickt, ob sie es nicht trotzdem machen wollen, weil ich es ja auch gut fände, wenn es einfach von vor Ort weiterlaufen würde. Aber irgendwie haben die dann alle gesagt, nee, wir machen es dann 2008. Genau, und dann ist es einfach 2008 geplant. Das ist auch gar nicht so schlecht, da hat man mehr Zeit zum Fundraisen. Bis jetzt liegen die Touren halt immer unterstützt vom Jugendamt in Frankfurt, also Department for Political Education. Aber nachdem da immer so wenig Frankfurter mitfahren, kann man da eigentlich jetzt schlecht wieder irgendwelche komischen Proposals einschicken, wo dann irgendwie man zu fünft ist. Wobei, wenn man sonst aus ganz Deutschland ist, geht es auch noch. Aber im Prinzip hängt es ein bisschen davon ab, dass Leute aus Frankfurt oder zumindest aus Deutschland irgendwie mitfahren, weil sonst brauchen wir da keinen Antrag mehr einreichen. Und dann müsste man sich überlegen, weil es sich jetzt eh schon ein bisschen so verlagert hat, auf so ein überregionales Ding, also mit Leuten vor Ort, also mit der Ivana als Belgrad und der Sanja als Zagreb und dem Zulio als Skopje, dass man vielleicht, denke ich, internationalen Organisationen finden, die das unterstützen. Aber ich kenne mich da ehrlich gesagt zu wenig aus und ich habe auch keine Zeit, da Anträge zu stellen. Das ist nämlich, glaube ich, ein extra Job für sich selber. Aber wenn jemand ähnliche Tipps hat, sind wir natürlich dankbar. Und an Millionäre, die dafür spenden wollen, natürlich auch. Gut, weitere Informationen gibt es auf eurer Homepage, theplayground.de. Ein paar Sachen gibt es auch am Endesinfostand. Ihr habt hier bestimmt auch nochmal weitere Infos. Also Kontakt auszuprobiert. Auf der Homepage ist eigentlich immer so. Erwünscht. Also wenn Leute interessiert sind, mehr mitzufahren oder Praktikum zu machen, wir sind ja ein offizieller Verein, man kann auch Praktikum machen. Zum Beispiel so sozialpädagogisch wertvoll. Und ja, und ansonsten für Spenden oder halt Tipps, wo man sich damit bewerben kann, mit zu Projekten, sind wir auch dankbar. Oder Leute, die wissen, wie man so Anträge ausfindet. Und noch ein paar Worte, unabhängig vom Playground zu deiner Person. Neulich bin ich einem Zitat begegnet von der Emma Goldmann. Das war eine Anarchistin, letztes Jahrhundert, frühes letztes Jahrhundert. Und die soll mal gesagt haben, wenn ich nicht tanzen kann, dann ist das auch nicht meine Revolution. Da muss ich irgendwie an dich denken. Also ich kenne das Zitat vom Ladyfest in Frankfurt, weil da hatten wir Zitate gesammelt und da war das auch ein Zitat, was wir aufgehängt haben. Ich stelle immer wieder fest, dass du auf vielen Veranstaltungen die einzig oder eine der wenigen Frauen bist. Nach wie vor charakteristisch für unsere alternativen elektronischen Musikszenen. Was glaubst du, wie man daran arbeiten kann? Siehst du irgendeinen Knapppunkt? Ich glaube, man braucht einfach mehr Vorbilder. Also außer jetzt Madonna und so weiter. Das war das zwar auch ein tolles Vorbild, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, es geht um, dass man es halt macht. Und ich denke halt mal, dass die meisten Frauen sich halt eher entmutigen lassen manchmal. Aber ich würde es auch nicht voll allgemeinern. Also ich meine, es ist jetzt ein ausuferndes Thema. Also ich meine, ich fände es zum Beispiel interessant, Role Models zu haben, wie ich irgendwie sehe, das sind Frauen, die machen elektronische Musik irgendwie finanzieren darüber, ihre Dreiköpfige oder sonst was, Familie, ihre Kinder und so weiter und so fort. Ja, und wie man halt irgendwie sowas macht. Weil ich meine, klar ist es vielleicht einfacher, eine Hausfrau zu finden und einen Hausmann, das will ich auch gar nicht. Aber halt einfach so rein praktische Sachen halt. Okay, du sprachst von einem Vorbild. Ich denke, du bist ein Vorbild. Danke dafür. Wir werden dich morgen hier live hören. Wir werden dich morgen hier live hören und du wirst sicherlich auch beim Blackhorn dabei sein in der einen oder anderen Form. Morgen Nachmittag machen wir mit dem Blackhorn genau Showlieren und Sessions draußen wahrscheinlich hier drin. Okay, ein Stichwort von dir, es zu machen, es einfach anzupacken. Ihr habt es angepackt, eure von der Fusion von NewSide. Die Fusion für mich nach wie vor das von den großen Festivals in Deutschland, das beste alternative Festival, das Festival nach wie vor mit dem höchsten Anspruch. Vielleicht kannst du kurz ausführen, wie sich das überhaupt entwickelt hat. So ein Riesenfestival fällt ja nicht einfach so von oben herab. Das hat natürlich eine Vorgeschichte gehabt. Das Festival hat ja 1997 zum ersten Mal stattgefunden. Und Jahre davor, also Anfang der 90er, haben sich im Hamburger Raum Leute zusammengefunden, die zum Teil mit so einem politischen Background in die Partyszenen eingetaucht sind und gemerkt haben, dass dem Hedonismus ja eigentlich irgendwie auch was abzugewinnen ist und dass die Zusammenhänge von Politik, Machen und Leben und Feiern eben nicht gebrennt sein müssen, sondern dass man da durchaus auch Kraft schöpfen kann und Visionen im Kleinen auch mal ausleben kann. Und wir haben angefangen, Anfang 1993, 1994 Veranstaltungen zu machen. Das Ganze ist so ein bisschen, glaube ich, hat den Kick gekriegt darüber, dass wir kaum noch in diese elektronische Szene eingetaucht haben, was damals ja noch eine Subkultur war. Eine reine Subkultur in kleinen Zusammenhängen, in kleinen Partys. Dass wir gemerkt haben, dass es unglaublich schnell ging, bis, sag ich mal so, Trittbettfahrer, Geschäftemacher, jeglicher Couleur da eingestiegen sind und die ganze Sache auch aufgesogen haben. Kann man, falls in der Clubkultur, die es heute gibt, so vielleicht nicht mehr so richtig vergleichen oder so, aber als dann in Hamburg in den ersten Clubs die Wasserhänge abgeschraubt waren, weil man die Leute zwingen wollte, an der Bar zu saufen, da war dann schon klar, was hier gespielt wird. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, ey, das muss ja hier irgendwie auch noch anders gehen und wir lassen uns hier jetzt nicht irgendwie... Also wir haben eine andere Vision von dem, was wir machen wollen. Und wir haben auch natürlich gemerkt, wie schwierig es ist, als wir angefangen haben, Veranstaltungen zu machen, Partys zu machen, wie schwierig es ist, überhaupt Räume zu finden, die einem zugestanden werden. Und wir haben gemerkt, wir haben gar keinen Bock irgendwie, das davon abhängig zu machen, wo uns das zugesteht, sondern wir wollen es davon machen. Und wenn wir einen Ort finden, wo wir denken, hier ist eigentlich super, dann kann man strategisch überlegen, macht es Sinn, hier zu fragen. Und wenn es Sinn nicht macht, wenn man sich vorstellt, denkt, das hat eh nichts, dann ist es kein Grund, das nicht zu machen, sondern es ist eher ein Grund, es einfach trotzdem zu machen. Und darüber haben wir eine Struktur entwickelt mit vielen Leuten in der Interaktion, wo wir gemerkt haben, klar gehören nicht nur die Leute, die es jetzt anzetteln dazu, sondern es können auch die Leute dazu, die kommen, die mitmachen, mit denen man es gemeinsam macht. Und da war auch schon ein bisschen Konditionierungsarbeit notwendig. Und über Jahre haben wir es geschafft, viele Leute dahin zu konditionieren, dass wenn wir sagen, im Internet hat man erfahren, dass was stattfindet, dass man dann auch die Leute auf den Punkt hin mobilisieren und organisieren konnte und sich alle als Teil dessen auch mit Verantwortung gesehen haben. Und wir in, ich weiß nicht, zwölf Jahren, glaube ich, alle Veranstaltungen, die wir in dem Maße oder in der Zielsetzung angezettelt haben, auch durchgesetzt haben. Und aber aus dieser Geschichte heraus sind wir auch auf diesen Ort gekommen, wo es jetzt das Youthen Festival gibt. Wohlgemerkt haben wir dort eine Veranstaltung mit amtlichem Segen gemacht, 1997, 1996 zum ersten Mal, und haben diesen Flugplatz eben entdeckt und haben gemerkt, dass wir in dem Rahmen, wie wir bisher Veranstaltungen gemacht haben, auch begrenzt sind. Also den Anspruch, möglichst wenig Geld zu verlangen und auf der anderen Seite möglichst viele Sachen zu machen, war natürlich irgendwann eng gesteckt. Und wir haben gemerkt, der Flugplatz oder dieser Ort, der bietet so viele Möglichkeiten, die Ideen, die wir hatten, auszuweiten und darüber hinaus zu entwickeln, dass wir gesagt haben, okay, wir können uns gut vorstellen, hier mit einer Kontinuität einmal im Jahr was zu machen, was dann im 97 Youthen Festival ist, zum ersten Mal. Wir sind uns ja vor zig Jahren das erste Mal begegnet, ich glaube, es war Anfang der 90er. Es war noch ein völlig anderer Zusammenhang. Ich war in einem besetzten Haus in Hanau aktiv, habe dort unter anderem Konzerte organisiert und du hast eine Benefit-Tour für Infolägen organisiert mit zwei Punk-Bands, da sind wir uns erst mal begegnet. Kontakt hat dann verlaufen, aber was mich dann gefreut hat, dass wir uns Jahre später in einer ganz anderen Szene begegnet sind, im Grunde noch die gleichen alternativen, linken, radikalen Ideale, aber übertragen in eine andere Musikszene. Für mich war das damals ein gar nicht so einfacher Weg, weil in der linken Szene anfangs Techno und all das, was da nicht verbunden war, ziemlich verpönt war. Ich habe mich dann gefreut, dass ihr einen Text von mir auf eurem Flyer habt und freue mich auch heute noch, wenn ich auf euren Flugblättern, auf eurer Homepage solche Begriffe wie Ferienkommunismus lese, was jetzt sicherlich mit einem, naja, gewissen Autostringern gemeint ist. Wie würdest du uns Ferienkommunismus definieren? Der Ball ist uns von anderen zugespielt worden. Wir haben ja immer so, wenn wir Kappen über unsere Webseite verkauft haben, die Frage mitgestellt, was ist Fusion oder so. Und unter ganz vielen, teilweise sehr schwülstigen, schon sehr nett gemeinten Bezeichnungen war, dann irgendwann so, dieses eine Schlagwort Ferienkommunismus. Und das hat uns von daher inspiriert, dass wir auf der einen Seite in Mecklenburg, zehn Jahre nach der Wende, was machen, wo wir gemerkt haben, so das Wort Kommunismus, wo wir jetzt keinen ideologischen, heftigen Bezug dazu hatten, aber das Wort ist ja total exkreditiert. Und das war so, dass wir gesagt haben, ey, das besetzen wir jetzt mal ganz neu. Und damit haben wir auch ganz viele Punkte gemacht bei Leuten, die natürlich auch darunter gelitten haben, dass sie gemerkt haben, ey, das ist so, endlich da gehen Leute hin, da gehen unsere Kinder hin. Und das hat uns schon auch von dem her so ein bisschen gespürt, das hat auch zu internen Auseinandersetzungen geführt, inwiefern man, wenn man es ideologisch sieht, man das so vergleichen kann. Und wir haben im Jahr darauf das ein bisschen transformiert, in den Slogan, Ferienkommunismus. Und das hat dann auch so ein bisschen so das Augenzwinkern darin, glaube ich, so beträftig. Nun gibt es ja nicht nur Lob für Diffusion, es gibt auch immer wieder Kritik. Was ich jetzt öfters gehört habe, war die Kritik an einem Klassensystem. Es gibt die VIPs, die Halt VIPs, die DIN-Area dürfen, die ohne Bezahlung aufs Gelände kommen, die mit verschiedenen Bändchen aufs Gelände kommen. Ich frage mal ganz provokativ, wie viel Ferienkommunismus ist in einer kapitalistischen Gesellschaft eigentlich möglich? Ja, auch der Ferienkommunismus muss gut organisiert sein. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Und wenn so viele Leute zusammenarbeiten, dann sind gewisse Strukturen und auch Hierarchien, sage ich jetzt mal, für uns unumgänglich, weil wir ansonsten mit so vielen Leuten auf einem Platz und so vielen Leuten, die da mitarbeiten, das Ding einfach kollabieren würden. Mit den Bändchen zum Beispiel ist es so, dass wir versuchen, natürlich, wie kriegen wir das hin, was weiß ich, 800 Künstler und 400, 500 Leute in der Crew zu versorgen. Das können wir nur, indem wir es aufteilen, dass wir sagen, die einen kriegen so einen Benzel oder so einen Anhänger, die müssen bei den Ständen versorgt werden, und die anderen, die kriegen so einen Benzel, die werden von unserer Küche versorgt. Die können natürlich nicht alle versorgen, weil sonst wird sie kollabieren. Und das sind so einige der Hintergründe, warum es unnötige Benzel gibt. Aber klar, wir sind, also das muss man sagen, wir sind ein durchaus hierarchischer Betrieb in dem Sinne, dass wir sagen, es funktioniert in der Größe komplett ohne Hierarchie. Wir versuchen, die Hierarchie zu reflektieren und wir sagen auch so, Hierarchie kann nur so lange funktionieren, solange sie kontrolliert und solange sie auch kritisierbar ist. Und dann kann es auch positiv sein. Ich danke dir für diese Ausführung. Wir sehen uns. Ich bin sehr viel zu Dank gekommen. Zur Abschlussrunde bitte ich jetzt Motte, Martin und Hans auf die Bühne. Vielen Dank.